1,6 Meter 16,7 Volt Kilometer 0,3 Meter 5,5 Volt 90 Meter 15,8 Volt Kreisel aus Ah, fliegt doch gut ohne 80 Meter 15,9 Volt 69 Meter 15,3 D-Modus Kreisel aus Kreisel 1 49,3 Meter 15,9 Volt 3D-Modus 47,2 Meter 15,9 Volt 49,8 Meter 15,9 Volt Kreisel aus 30,3,4 Volt 15,5 Meter 15,4 Volt 89 Meter 15,3 Volt 78 Meter 15,6 Volt 3D-Modus 69,5 Meter 15,7 Volt 44,4 Meter 15,7 Volt Kreisel 1 33,7 Meter 15,7 Volt 18,8 Meter 15,7 Volt 18,8 Meter 15,7 Volt 1,12 Meter 14,9 Volt 14,9 Volt 11,8 Meter 15,7 Volt 11,8 Meter 15,7 Volt 11,8 Meter 15,7 Volt Kreisel ein 98 Meter 3D Modus 15,1 Volt 86 Meter 15,2 Volt 15,2 Volt Kreisel ein 59 Meter 15,2 Volt 45,8 Meter 15,2 Volt Klappen ausgeladen 30,5 Meter 15,2 Volt 18,6 Meter 15,2 Volt 6,6 Meter 15,2 Volt Ach, das war aber ne heiße Kiste Ich glaub da brauch ich auch heute keinen zweiten Akken 15,2 Volt 18,7 Meter